Never forget Oktober 7. Am 7. Oktober 2023 um 6.29 Uhr begann der fürchterliche Überfall der Hamas auf Israel. 1.170 Menschen wurden brutal ermordet und abgeschlachtet. Über 250 Menschen wurden nach Gaza als Geiseln verschleppt und viele von ihnen müssen bis heute unter fürchterlichen Bedingungen in den Tunneln unter Gaza dahin vegetieren. Aber es scheint, dass seitdem der 7. Oktober vergessen ist. Antisemitismus ist überall weltweit explodiert und an vielen Orten fühlen Juden sich nicht mehr sicher. Genauso ist es so, dass vor internationalen Organisationen Israel des Völkermords angeklagt wird in einer unglaublichen Täter-Opfer-Umkehr. Never forget Oktober 7. Wir dürfen es nicht vergessen. Deshalb rufen wir dazu auf, weltweit um 6.29 Uhr israelischer Zeit eine Mahnwache durchzuführen in jeder Stadt, in jedem Land. Wir wollen die Namen der 1.170 Opfer lesen. Wir wollen die Plakate hochhalten mit den Orten, die am 7. Oktober zerstört wurden. Und wir wollen, dass diese Message in deine Stadt, in deine Community, aber auch genauso nach Israel geht. Und es ist sehr einfach, daran teilzunehmen. Geh auf www.marschteslebens.org und registriere dort deine Mahnwache und wir schicken dir ein Ressourcenpaket mit Druckvorlagen für diese Plakate, mit der Namensliste, die du lesen kannst und weiteren Ressourcen auch in der Pressemitteilung, die du rausschicken kannst, zu, damit du es sehr einfach durchführen kannst. Das Zweite ist, finde einen guten Ort in deiner Stadt, in deinem Ort und melde es bei den lokalen Behörden als stille Mahnwache an. Das Dritte ist, verbreite diese Message und lade Leute in deine Community, in deiner Stadt dazu ein, mit dabei zu sein. Das Vierte ist, führe diese Mahnwache dann um 6.29 Uhr israelischer Zeit. Das ist 5.29 Uhr in Europa und zum Beispiel in den USA. Es ist 23.29 Uhr in New York am Tag davor. Führe sie zu dieser Zeit durch und mach Videos und Fotos davon, weil wir werden sicherstellen, dass die nach Israel kommen und du kannst diese Videos und Fotos auch in deiner Community verbreiten. Also sei dabei am 7. Oktober um 6.29 Uhr israelischer Zeit mit deiner Mahnwache und lass uns gemeinsam ein Zeichen der Erinnerung setzen, aber auch, dass wir gegen Antisemitismus und Antizionismus stehen. Amen. Amen.